Er weiß nicht, was er will? Sag das und er entscheidet sich für dich. Wenn ein Mann nicht weiß, was er will, das heißt zum Beispiel so Situationen wie Ja, ich weiß nicht, ob ich eine Beziehung mit dir will, aber ich möchte weiterhin mit dir ins Bett gehen oder ja, ich weiß nicht, will ich dich oder meine Ehefrau, kann mich nicht entscheiden, also nehme ich einfach beide oder sowas wie, naja, ich weiß nicht, ob ich dich treffen will, aber lass uns doch einfach jeden Tag stundenlang schreiben. Unendlich viele seltsame Ausreden und Einstellungen, die man so von Männern hört. Aber die Frage jetzt, die für dich wichtig ist, ist, was kannst du tun, wenn du es mit einem unentschlossenen Exemplar Mann zu tun hast und wenn du einfach keinen Bock mehr drauf hast. Wenn du sagst, nein, ich warte jetzt nicht bis 2060, bis der gute Herr weiß, was er will, dann wäre es eine gute Idee, sich dieses Video hier jetzt bis zum Schluss anzuhören. Warum sagt jemand, er weiß nicht, was er will? Warum hat jemand Probleme, sich zu entscheiden? Ich meine, wenn du jetzt an den entsprechenden Mann denkst, ich gehe mal davon aus, du weißt, was du willst. Du weißt, was du ihn willst und ich meine, das Einzige, was dem Ganzen im Wege steht, ist sein komisches Verhalten. Aber du bist dir sicher, dass du ihn willst. Warum ist er sich nicht sicher? Ganz einfach, weil er nicht genau weiß, was er generell langfristig in seinem Leben will. Die wenigsten Menschen machen das. Die wenigsten Menschen setzen sich Ziele, weißt du, das ist relativ selten. Die meisten Leute leben so in den Tag hinein und dann schauen sie halt mal, was passiert. Und dann passiert halt irgendwas, zufällig. Oft ist es so, dass der Mann dich an einem Punkt kennengelernt hat, wo er sich keine Gedanken darüber gemacht hat. Möchte er eine feste Beziehung? Möchte er keine? Das ist der erste Punkt. Das ist die eine Ursache, wenn Leute sich nicht entscheiden können, weil sie einfach keine Klarheit über ihre Zukunft haben. Da ist ein kurzer Tipp nebenbei, was man immer machen kann in einer Dating-Situation beim Kennenlernen mit dem Mann ist, wirklich relativ bald mal über so Ziele sprechen und Pläne. Was wünschst du dir im Leben? Wo siehst du dich in fünf Jahren? Was sind deine Ziele? Und da kann man auch über Beziehung sprechen. Man kann ja auch sagen, ich möchte wieder eine Beziehung. Offensichtlich bin ich ja gerade Single, deshalb bin ich ja mit dir hier. Und offensichtlich haben wir ein Date, weil wir ja beide Interesse haben, jemanden kennenzulernen. Und ja, ich möchte eine Beziehung. Frauen haben oft Angst, das anzusprechen. Die sagen dann so, ah, wenn ich jetzt sage, ich will eine Beziehung, dann rennt er gleich weg. Na gut, das ist super. Jeder, der wegrennt, weil du eine Beziehung willst, der will ja keine. Warum da lügen und dann darauf warten, dass er dann in drei Jahren wegläuft, wenn er dann draufkommt, dass das eine Beziehung ist? Das macht keinen Sinn. Sag das, ja, ich sehe mich in der Zukunft in einer Beziehung. Wenn du noch Kinder haben willst, kannst du das auch sagen. Und ich möchte in der Zukunft Kinder haben, ich kann mir das vorstellen. Natürlich sage ich nicht, ja, ich will mit dir Kinder haben, drei Kinder und ein Reihenhaus oder so. Ich sage einfach allgemein will ich das, ob du der Richtige bist oder nicht. Das muss ich noch herausstellen. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, von vornherein, dass er der Richtige ist, nur weil er gerade mit mir da sitzt. Ich erzähle halt, ich möchte eine Beziehung. Und da erfährst du dann auch recht schnell, ob er eine will oder nicht. Dann, nächster Punkt. Manche Männer wissen, dass sie eine Beziehung wollen. Warum will er jetzt keine mit dir? Naja, weil er sich nicht sicher ist, dass du die Richtige für ihn bist. Weil er sich alle Optionen offen halten möchte, weißt du, so a la, na schau mal mal. Im Endeffekt ist es so, ich schaue mal, ob noch was Besseres kommt. Das ist jetzt leicht, habe ich da jemanden zur Auswahl, aber ich bin mir nicht sicher. Für dich bedeutet das, dieser Mann ist sich nicht sicher, ob du die Richtige für ihn bist. Das sollte dich zum Denken bringen. Was du ihm sagen kannst, damit er merkt, wie wichtig du ihm eigentlich bist, erfährst du in wenigen Sekunden. Ich wollte mal eine Wohnung kaufen. Und zwar war das im ersten Lockdown. Da hatten die Leute alle Panik. Und in einer Touristenregion hier auf Zypern standen plötzlich viele Wohnungen zum Verkauf zu einem wahnsinnig guten Preis. Das war wirklich schockierend, wie billig die Leute ihre Wohnungen hergegeben haben. Weil sie Angst hatten, dass es lange keinen Tourismus mehr geben wird. Weil sie vielleicht ihre Kreditraten nicht zahlen konnten. Weil eben alles zugesperrt war und sie kein Einkommen hatten. Also es war Wahnsinn. Und da bin ich losgefahren und habe Wohnungen angeschaut. Ich wollte eine Wohnung kaufen und ein Airbnb machen. Es ist so mein Traum, ein kleines Airbnb-Business zu haben nebenbei. Bin ich da losgefahren, habe Wohnungen angeschaut und es gab so viele. Ich wusste gar nicht, wo anfangen. Ich habe sechs, sieben Wohnungen am Tag angeschaut und billig und schön eingerichtet. Und im Endeffekt ist mir genau das passiert. Ich konnte mich nicht entscheiden. Beim Mann ist es genauso, weißt du, wenn er all das haben kann. Also er kann dich haben und nebenbei noch Tinder machen. Er kann dich haben und nebenbei noch seine Ehefrau haben. Er kann dich haben und nebenbei noch ganz offen und locker sich umschauen, ob es nicht noch eine andere interessante Frau gibt. Solange der all das haben kann, muss er sich nicht entscheiden. Das ist der springende Punkt. Es gibt überhaupt keinen Grund für eine Entscheidung zu treffen, denn es wird ihm alles am Silbertablett präsentiert. Übrigens, wenn du persönliche Unterstützung brauchst und ein Coaching mit mir persönlich oder einem meiner Coaches machen möchtest, dann kannst du das jetzt. Du kannst dich direkt darüber informieren. Unter dem Video wirst du einen Link dazu finden. Da findest du alle Infos, alles was du brauchst und kannst dich direkt für ein Coaching bei uns anmelden. Zurück zu den Wohnungen. Und dann war plötzlich der Lockdown vorbei und die Preise sind hochgeschossen. Die Wohnungen waren so schnell verkauft. Teilweise wurden sie wieder vom Markt genommen. All die Wohnungen, die ich zuvor noch auf meiner Liste hatte, waren plötzlich weg. Und weißt du, was passiert ist? Ich hab's zubereit. Ich wollte unbedingt die Wohnung haben. Plötzlich war ich bereit, mehr dafür zu bezahlen. In meinem Kopf hatte ich alle möglichen Ideen, wie könnte ich die überzeugen, mir die Wohnung jetzt doch noch zu verkaufen. Denn jetzt war der Tourismus wieder da. Jeder wollte diese Wohnungen haben. Die Wohnungen waren höchst lukrativ. Und gut für alle, die da zugeschlagen haben, die wussten, was sie wollen, in dem Zeitpunkt, wo es günstig war. Ich gehöre nicht zu denen. Und hier ist das Ding. Wir wollen nicht, was wir leicht haben können. Der Mensch hat die seltsame, angewohnte Dinge haben zu wollen, die man schwer haben kann, die ganz selten und rar sind. Und das führt uns auch schon zur Lösung für dein aktuelles Dilemma. Und zwar, wenn dieser Mann Entscheidungsprobleme hat, dann sag ihm folgendes. Okay, du weißt also nicht, was du willst. Das ist okay. Das ist deine Entscheidung. Aber für mich persönlich passt das nicht. Ich treffe mich nur mit Männern, die wissen, was sie wollen. Weißt du, man kann zu mir Ja sagen. Man kann auch Nein sagen. Das ist absolut okay. Das kommt beim Dating vor, dass man mal jemanden trifft, wo es nicht passt. Und dann trifft man jemanden, wo es passt. Aber was nicht okay ist für mich, ist ein Hin und Her. Ein Vielleicht. So was akzeptiere ich nicht. Ich bin kein Vielleicht für niemanden. Und daher ziehe ich mich aus der Situation zurück. Und dann musst du konsequent sein. Das ist das Allerwichtigste. Zieh dich zurück. Konsequent halte das durch. Schau, meine Liebe, wenn du deine Standards nicht erhöhst, wird es auch niemand anders tun. Der Mann wird, solange du nicht klare Richtlinien für das Verhalten dir gegenüber vorgibst, werden die Leute mit dir machen, was sie wollen. Nicht nur die Männer, auch deine Kollegen, deine Familie und so weiter. Es ist wahnsinnig wichtig, um dich selber zu schützen und auch um wirklich zu heilen. Weißt du, wenn dir schwierige Dinge passiert sind in der Vergangenheit, du heilst nur, indem du anfängst, dich jetzt zu schützen davor. Indem du dir selber sagst, okay, ich erlaube sowas nicht mehr. Ich bin mehr wert als das. Und eins sage ich dir, besser bist du jetzt Single als dieses Hin und Her und dieses Komplizierte. Weil dieses Hin und Her brennt dich aus. Du bist depressiv, du bist traurig, du denkst die ganze Zeit an ihn. Du versuchst, verzweifelt eine Lösung zu finden. Hier ist die Lösung. Mach eine klare Ansage und sei konsequent. Du wirst sehen. Der Mann wird dir so schnell hinterherlaufen, so schnell kannst du gar nicht Königin buchstabieren. So, meine Liebe, wenn es dir gefallen hat, dann teile das Video mit deinen Freundinnen. Hinterlass mir einen Kommentar und wir sehen uns im nächsten Video.